starten so leute hallo und herzlich willkommen blablabla ihr wisst wie es läuft zu meint ja ich hatte schon mal angefangen gab probleme jetzt sind wir wieder da ich habe auch noch ein zweites projekt das ich euch zeigen könnte die vielleicht sogar heute noch ist da noch in der frühen phase aber vielleicht das ist gut direkt eisenequip zu besitzen das weder spiel mir jetzt noch in den weg räumen so tut man das spiel durch machen warm 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 damit ich das dass das das haben kann wenn diese ein dir darauf habe ich keinen bock den zu verlieren dass das dass das dass das schon das mal die amor als schatzkarte und die erste nacht kommt schildkröte hier baue ich hier ist eine schildkröte was baue ich ich weiß was ich weiß auch nicht wie regelmäßig ich jetzt machen kann leute weil ich noch ein zweites projekt habe das auch gemeint ist aber noch deutlich sehr viel zeit in anspruch nimmt ich sage deutlich meine ich deutlich das ist nicht so was von 100 folgen oder sowas oder was man in einer woche mal eben nicht vor produziert nein auf jeden fall wird es dazu auch noch ein video gebe damit zuckerrohr Das ist doch kein Ertrunkenbesuch, das wundert mich mehr, aber auch besser so. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falsch gesetzt. Oh, da sind schon zwei Skelette. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hm, hm, hm. Das ist ein Enderman. Enderman, sorry. Ich würde gerade noch nicht so etwas sagen. Nein. Aua. Das Spiel hat gerade geleckt. Vielleicht sieht man das in der Aufnahme. Vielleicht aber... Warte an, na man. Da seid jetzt alle die Swords. Nee, das ist ein Skelett. Komm, ich wurde hin und her gekickt. Lass mich jede Folge Minecraft bei mir mit einem Tod beginnen. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wo wir Minecraft spielen und in der ersten Folge sterben. Ach, jetzt lass mich in die Ruhe. Warum Lex... Alter. 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 Hier spiele ich auch auf dem zweiten Account. Und... Mein Richter. Ich hätte mir noch einen neuen Account erstellen, der besser heißt als jetzt. Also... werde ich nicht mehr heißen. Das ist mir zu meinem To... Zu meinem Zeug guckt. Oh Mann. Schreibt mir, was ihr mehr sehen wollt. Ob ich jetzt auch diesen ganz... Das ganze Basis-Bauzeug während der Folge machen sollte. Eher... Also... Off-Camp. Weil... Dann würde ich... Bis zur nächsten Folge ein paar Deals farmen. Also... Spiele und nur... Wichtiges Zeug wie Deerfarmen und sowas. Reinschneiden. Ja. Digga. Digga. Was ist los? Wie läst ihr an? Wie läst ihr? Wirklich diese... wieder dahin latschen warum habe ich manchmal solche lecks bei es liegt echt an der aufnahme ich sag das war es vielleicht mal für heute auf jeden fall ich weiß nur eine kurze folge sieben minuten aber ich habe da noch eine menge zu tun ich wollte zwei schnelle folgen hochladen die andere kommt noch heute und ja das war's